Gleis Rhein-Einfahrt, FEX-90, Herbst 70, Oberflughafen BER, Ankunft ursprünglich, 22.33 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 3, now arriving, FEX-90, 8, 17, from BER Airport, scheduled arrival, 22.33, conscious, the train is arriving. Ihre nächsten Anschlüsse RE1 nach Briesen über Fürstenwalde, Abfahrt 22.56 Uhr, heute von Gleis L zu 333 nach St. Antonamana über München Ost, Abfahrt 22.58 Uhr, von Gleis 4, direkt gegenüber und RE1 nach Berlin-Charloktenburg über Berlin-Sophorgischer Garten, Abfahrt 23.02, von Gleis 13. Gleis 4, Einfahrt zu 333 nach St. Antonamana über München Ost, Abfahrt 22.58, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis in Houston Einfahrt zu Viberkraf um Viberkomm Blizzard. Gleis 4, Mai 21.Careen Gleis 7,ynamica Gleis 5,921, nach Ostsee Bad Wins über Angermünde, Abfahrt 13 Uhr frei von Gleis 5, direkt gegenüber ICE 756 nach Münster Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 13 Uhr 7 von Gleis 13 und EC 176 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 13 Uhr 6 von Gleis 8. Gleis 5 Einfahrt ICE 932 nach Ostsee Bad Wins über Angermünde in den Abschnitten A bis F, Abfahrt 13 Uhr 3, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9 Einfahrt ICE 22, 70 nach Warnemünde über Prostock. Gleis 9 Einfahrt ICE 22, 70 nach Warnemünde über Prostock. in den Abschnitten C bis B, Abfahrt 11 Uhr 44, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 10 Einfahrt ICE 1076 nach Ostseebad Bims über Angermünde in den Abschnitten A bis E, Abfahrt 11 Uhr 50, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9 Einfahrt RE 5 nach Stralsund-Rügendamm über Oranienburg, Abfahrt 11 Uhr 55, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt S6 nach Graffing-Bahnhof über München-Hautbad Ruf, im Abschnitt A und B, Abfahrt 11 Uhr 60, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S7 nach Kreuzstraße über München-Ost, im Abschnitt A, Abfahrt 12 Uhr 25, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 Einfahrt S2 nach Wettelhausen über Leiden, mit S2 nach Altenmünze über Schachthausen, Abfahrt 12 Uhr 28, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S6 nach E, Abfahrt 11 Uhr 60, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S2 nach Erdenmünze über München-Ost, im Abschnitt A und B, Abfahrt 12 Uhr 29, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 Einfahrt S6 nach Flussstraße über München-Ost, im Abschnitt A und B, Abfahrt 13, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S8 nach München-Flugkraften-Terminal über München-Ost, im Abschnitt A, Abfahrt 133, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 Einfahrt S3 nach Mönchendorf über München-Flugkraften-Terminal über München-Flugkraften-Terminal über München-Flugkraften-Terminal über München-Flugkraften-Terminal über München-Platt, im Abschnitt A und B, Abfahrt 13, Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu S1 nach Freising über Gleim, Abfahrt 341, heutzutage der Bühne-Büro-Schläge. Gleis 2, 1, S4 nach Geltendorf über München-Kreis, in Anschnitt Baden-Würgen, Abfahrt 339, Vorsicht bei Gleim. Gleis 2, 1, S8 nach München-Kreis, in Anschnitt Baden-Würgen, Abfahrt 239, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, Einfahrt, EN 346 nach Stockholm über Baden-Würgen, Abfahrt ursprünglich 18.37 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, 1, S8 nach Schulen, Abfahrt 249, Versicht bei Gleis, in Anschnitt Baden-Würgen, Abfahrt 249, Vorsicht bei Gleis, in Anschnitt Baden-Würgen, Abfahrt 27.37 Uhr, LB 5 nach Berlin-Siedkreuz über Berlin-Hartmannhof, Abfahrt 19.06 von Gleis 5, direkt hierüber, LB 21 nach Wustermark über Berlin-Spandau, Abfahrt 19.30 von Gleis 9, heute ohne Halt in Elsthal und Wustermark, heute mit Halt in Rheort, Marquardt und Berlin. LB 637 nach Frankfurt am Main, Hauptstadt, 590 Hauptfahrthof, Abfahrt 19.16 von Gleis 7, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Gleis 4, Einfahrt, FEX 19, 860 von Flughafen BER, weiter als FEX 19, 871 nach Flughafen BER, über Berlin-Ostkreuz, Abfahrt 20.18, Vorsicht bei der Einfahrt. Meine Damen und Herren, Angleis 3, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ladies and Gentlemen on Platform 3, please board the train, keep clear of the doors and take care while the train is departing. Gleis 1, Einfahrt, RE1 nach Frankfurt am Main oder Abfahrt. 11.48 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3A, Einfahrt, RB 35 von Saropisco, weiter als RB 35 nach Bad Saropisco, über Fürstenwalde Süd, Abfahrt 12.08, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt, ICD 25, 46 in den Abschnitten A bis G, Ankunft ursprünglich C nur 32, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, steht RE8 nach Bad Saropisco, über Berlin, Südkreuz, Abfahrt 12.45 Uhr. Plattform 2, now arriving, ICE 25, 46 in Platform sections A, 2, G, scheduled arrival, 10, 32, caution, the train is arriving. Bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Please board the train, keep clear of the doors and take care while the train is departing. Gleis 3A, Einfahrt, ICD 25, 46 in den Abschnitten A bis G, Ankunft ursprünglich C, Ankunft ursprünglich C, Ankunft ursprünglich C, Ankunft ursprünglich C, Ankunft, G, Ankunft ursprünglich C, 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 Ankunft ursprüng C, Ankunft ursprüng C, Ankunft ursprüng Gleis 109, Einfahrt RB 27 von Mönchengladbach, weiter an RB 27 nach Mönchengladbach, Hauptbahnhof über Neuwied, Abfahrt 2140, Vorsicht bei der Einfahrt.